Mmmmm, Metal-Leute, Serblin hier. Heute geht's mal um einen absolut tiefgründigen Hass gegenüber Filmora. Wer nicht weiß, was Filmora ist, nicht schlimm. Also, kurz gesagt, es ist ein fucking Schnittprogramm. Ein relativ akzeptables Schnittprogramm, auch wenn es deutlich bessere kostenlose Alternativen gibt. Es ist besonders für halt kleine Creator und Leute, die keine Erfahrung haben. Relativ angenehm, da man halt, ja, man kann direkt anfangen. Es gibt tausende Effekte, man muss nicht wirklich irgendwie viel in einem After Effects oder so oder Fairlight bei DaVinci Resolve irgendwie rumspielen. Und man hat einfach ein gutes Ergebnis. Egal, wie fucking nochmal tantiert man ist. Es ist scheißegal, ob du irgendwie fucking nochmal 20 Jahre Erfahrung hast oder vor 5 Minuten entdeckt, dass es Schnittprogramme gibt. Du wirst in Filmora zumindest was Ansehnliches irgendwie minimal geschissen bekommen. Das ist halt die Schönheit an so einem Programm. Aber ich habe ein Problem mit diesem Drecksprogramm. Und das ist nicht das Programm an sich. Das Programm an sich ein bisschen zu teuer, minimal zu teuer, aber akzeptabel für das, was es sein möchte. Es hat eine gut genuge Qualität, dass ich irgendwie vertreten kann, es zu benutzen. Aber es ist, es gibt eine Sache und zwar das Marketing. Für die, die es nicht wissen, ich benutze ein Schnittprogramm namens DaVinci Resolve 17. Und wenn man nach DaVinci Resolve sucht, dann rate man auch, dass man als erstes vorgeschlagen wird an Anzeigen. Genau, Filmora. Ich habe bis jetzt zwei Leuten DaVinci Resolve beibringen wollen oder zumindest zeigen wollen. Beide haben aus Dummheit einfach fucking Filmora runtergeladen, weil sie den Unterschied nicht kennen. Und ich weiß nicht, wie das fucking vertretbar ist. Dass man einfach wirklich vor die Konkurrenz einfach Werbung packt. Und das funktioniert ja. Ich habe zwei Freunde, denen ich fucking Schnittprogramme irgendwie zeigen wollte. Ich habe beiden gesagt, ey, benutze DaVinci Resolve, das ist richtig nice. Und beide haben sich einfach das erste, haben halt auf den ersten Link geklickt. Haben nicht drüber nachgedacht. Daniel, ja, das ist das. Ne, haben einfach die fucking Filmora Testversion runtergeladen. Also, absolut traurig sowas, aber naja. Es ist halt einfach so fucking unangenehme Werbetaktik. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie krank, schlimm ist oder ob... Keine Ahnung. Es kommt wahrscheinlich auf die Person an, wie moralisch vertretbar das ist. Aber ich finde einfach nur, das ist absolut asozial. Und es sollte verboten sein. Aber, naja, was willst du machen? Ne? Was willst du als einzelne Person machen? Genau, ist nicht runterladen und nicht kaufen. Anyways. Ähm, fick Filmora. Fick alles darum. Fick Wondershare. Ähm, danke fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt toxisch. Dei abonniert mich, das laggt mich. Entweder diese verfickte Glocke. Und jetzt runter vom Rasen holen sollen. Nyeh. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020